Der Stirling-Motor ist ein Beispiel für ein geschlossenes System, das einen Kreisprozess durchläuft. Der hier gezeigte Motor besteht aus einem gasgefüllten Zylinder, in dem sich ein Arbeits- und ein Verdrängerkolben mit einer Phasenverschiebung von 90 Grad bewegen. Wird dem Gas über einen Brenner Wärme zugeführt, dehnt es sich aus und verschiebt dadurch den Arbeitskolben nach oben. Diese Aufwärtsbewegung wird über eine Pleuelstange auf ein Schwungrad übertragen. Damit die für diese Bewegung erforderliche Volumenänderungsarbeit kontinuierlich abgegeben werden kann, muss das Gas, und damit auch der Motor, wieder in seinen Ausgangszustand gebracht werden. Um das Ausgangsvolumen zu erreichen, muss das Gas daher komprimiert werden. Damit die Arbeit, die für diese Kompression aufgewendet werden muss, nicht die bei der Expansion des Gases gewonnene Arbeit wieder vollständig verbraucht, muss das Gas vor der Kompression zunächst gekühlt werden. Dazu wird der Verdrängerkolben in den beheizten Bereich des Zylinders verschoben. Das heiße Gas strömt in einem Ringspalt an ihm entlang in den nicht beheizten Bereich des Zylinders. Der Verdrängerkolben wird durch das heiße Gas, das an ihm vorbeiströmt, erwärmt. Das Gas selbst kühlt sich ab. Der Verdrängerkolben hat also zwei Funktionen. Einerseits verschiebt er das Gas zwischen beheiztem und unbeheiztem Bereich, andererseits fungiert er als Regenerator, also als Wärmeübertrager. Er nimmt Wärme auf und kühlt aber das Gas, speichert diese Wärme als innere Energie und gibt zu einem späteren Zeitpunkt die Wärme wieder an das Gas ab. Nun wird das Gas, das sich überwiegend im unbeheizten Zylinderbereich befindet, komprimiert. Da das Gas eine niedrigere Temperatur hat, ist hierfür eine geringere Arbeit erforderlich. Nachdem das Ausgangsvolumen wieder erreicht ist, muss dem Gas anschließend Wärme zugeführt werden, damit auch die Ausgangstemperatur wieder erreicht wird. Diese Aufgabe übernimmt er als Regenerator arbeitende Verdrängerkolben. Er wird hierzu in den unbeheizten Bereich zurückgefahren und verschiebt das kalte Gas in den beheizten Bereich des Zylinders. Das Gas wird hierbei am Verdrängerkolben erwärmt. Gleichzeitig wird dieser abgekühlt. Damit hat das Gas seinen Anfangszustand wieder erreicht und kann erneut expandieren.